Einen wunderschönen Tag meine lieben Freunde. Heute habe ich ein mega krasses Video für euch. Es gibt ein Gewinnspiel, da könnt ihr Grand Coins gewinnen für alle Server. Außerdem besprechen wir das größte Update, was ein Grand Server oder was alle Grand Server jemals gesehen haben. Also, viel Spaß mit dem Video. So, wir haben wieder diese Gift-Dinger. Wenn ihr zwei Stunden online seid, bekommt ihr da was geschenkt. Ist okay, es ist ein bisschen besser für das App. Hier finde ich okay. Habe ich schon die ersten Rucksäcke gesehen, ey, diese hessischen Bären. Keine Chance, ey, schrecklich. Das finde ich geil, das finde ich richtig, richtig geil. Neue Klamotten, das ist gut. Auch sehr geil auf jeden Fall, dass die Leader jetzt die Autos tunen können. Eine Sache, die ich richtig gut finde, dieses Pops-Magazin auf eurem Handy. Aber am wichtigsten sind tatsächlich auch einfach die Businesses. Die Best-Businesses werden da gekürt. Von daher habt ihr den Überblick, welches Business wirklich gut ist und welches eher weniger. Die ganzen anderen Sachen, ja, sind nice to have, aber nicht wichtig. Ja, das ist ganz geil, da kann man was gewinnen. Also die Familienpreise sind ganz geil. Ist ganz lustig. Aber ja, gut, ne. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so, ob es das so reißt. Das ist auch ganz cool. Das finde ich halt krass. Das ist halt für den Flex und dafür, dass Leute Grand Coins ausgeben, das krasseste. Weil du einfach in der Top-Liste von, ähm, von irgendwie, also du kannst es halt durchscrollen. Ich hab's mir schon angeguckt. Und ganz oben steht halt, der am meisten Geld hat quasi. Und dann absteigen natürlich. Und das ist, das verleitet halt einen Platz, einen Platz 2 auch vielleicht nochmal 200 Euro, äh, mehr auszugeben, damit er auf Platz 1 vielleicht drückt oder so. Das ist ganz cool. Das hab ich schon erzählt, ja. Ja. Das musste aber auch gemacht werden. Das musste aber auch gemacht werden. Also die ATMs haben halt gar nichts gebracht. Und jetzt bringen sie wenigstens was, indem man sie halt ausrauben kann. So, man muss dafür nur 5 Minuten da bleiben und dieses kleine, äh, Quick-Time-Event lösen. Und, äh, dann kommt die Polizei. Man muss es verteidigen. Und danach bekommt man dann die Kohle. Eigentlich ganz nice. Genau, du bekommst irgendwie 3.000. Nee, du bekommst 4.000 und die Polizei bekommt 3.000 extra. Aber da seh ich halt auch, ey, wie sollst du das machen, wenn da 3, 4 Polizisten ankommen? Die kannst du gar nicht weghauen. Das ist geil. Gangs bekommen ihre eigenen Gang-Signs jetzt. Das ist geil. Das ist für die Gangs das ist perfekt. Das ist auch sowas, ey. Ganz ehrlich, das versteh ich nicht, warum man das. Das muss auch geändert werden, save 100%. Weil die können nicht einfach sagen, ja, wir machen den Collector-Job. Und, äh, man bekommt jetzt irgendwie 3.000 dafür. Nee, 10.000 bekommst du dafür. 10.000, genau. 10.000. Aber es bringt halt nichts, weil du Visumstufe 20 sein musst, um diesen Job überhaupt zu machen. Also, ja, useless. Useless, meiner Meinung nach. Wer macht den von euch? Ja, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich nicht. Das heißt, du machst 60.000 in der Stunde. Das ist aber immer noch nicht der beste Job, weil wenn du ausgeraubt wirst, kriegst du halt nichts. Da ist der Trucker, der macht zwar vielleicht ein bisschen weniger, aber du kriegst einfach save deine Kohle, weil dich keiner angreift. Das heißt, du kannst den Kram jetzt aufmachen, das ist ganz gut. Du kannst die Kisten direkt aufmachen, du kriegst es ins Inventar. Aber State Objects finde ich ganz geil. Aber auch da, die machen zwar in der Stunde, machen die Geld für dich, 10k, jede Stunde, können aber auch von jedem zerstört werden und angegriffen. Dann werden die für drei Stunden eingefroren und müssen wieder aufgebaut werden von einem Bauunternehmen. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf den Server auswirkt. Also, da bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, du kannst, das ist ganz geil, du kannst jetzt halt einfach genau den Preis bestimmen. Man muss halt nicht mehr in diesen vorgegebenen Steps, ähm, bieten. Aber, ja, gut, bin mal gespannt, weil sie können ja nicht 1-Dollar-Bets machen, das würde ja gar nichts bringen. Battle of the Dragon. Das ist ganz cool. Ein Event mehr für Familien ist immer gut. Da gibt's zu wenig, da müssen mehr rein. Das hab ich in meinem anderen Video auch schon gesagt. Da muss mehr gemacht werden. Ich hätte, also ich hätte die Hoffnung, dass vielleicht noch ein zweites oder, also dass zwei Events reinkommen oder drei. Das find ich das allerbeste. Die National Guard hat einfach so einen krassen Buff, wenn man davon sprechen kann, bekommen. Die können einfach so viel mehr. Die können jetzt Leute ins Gefängnis bringen. Die können einfach Leute Handschellen anlegen. Die können einfach Leute in Autos setzen. Die können bei, so viel, bei der, bei der, beim Schwarzmarkt darf sie MP jetzt mitmachen. Ah, stimmt, und ein Bunker. Ja, neue Autos, ja, mein Gott. Aber die meisten hab ich jetzt auch schon gesehen, viele sind scheiße. Der, der Alpha steht jetzt auch schon auf der Automesse, richtig kacke. Also, der ist nicht gut. Kohlen ihn euch nicht, aber ihr verkauft ihn. Also, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem ganzen Kram, muss ich sagen. Die Leute haben sich von Grant viel Mühe gegeben. Aber, ja, wie gesagt, die Events für Familien sind ein bisschen zu kurz gekommen. Meine Güte, vielleicht beim nächsten Update. Aber, es gibt geile Klamotten. Das Militär wurde gebufft, die können mehr jetzt machen. Ja, diese Belohnung alle zwei Stunden sind okay. Also, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich hab auch das Gefühl, das RP ist ein bisschen besser geworden. So. So, jetzt nochmal zu dem Gewinnspiel. Ganz easy. Ihr abonniert einfach, wenn ihr's noch nicht gemacht habt, den Kanal. Er soll auch abonnieren und euren Namen dann einfach in die Kommentare unten schreiben. Also, euren YouTube-Namen. Und ihr bekommt dann einfach zusammen Grant-Coins von mir geschenkt. Gewinnspiel geht auf jeden Fall bis zum Ende der Woche, damit ihr den Zweifach-Bonus für die Grant-Coins auf jeden Fall bekommt. Also, ihr gewinnt 50 Grant-Coins von mir. Also, 50 Euro. Und ihr bekommt 115, 25 Grant-Coins dann, wenn ihr den Grot eingibt. Also, macht mit. Teils fleißig. Und bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.